Die Römerkampagne der Missionsidee führt uns erstmal auf vertrautes Gebiet. Wenn ihr etwas genauer hinseht, werdet ihr merken, dass diese Karte große Ähnlichkeit zu der letzten Mission der Hauptkampagne aufweist. Es gibt zwar durchaus Änderungen, aber die Ähnlichkeit ist zu groß, um Zufall zu sein. Ich bin nicht mal mad, dass Dubai die unvergessliche Viervölkerschlacht, die ich überhaupt nicht alleine austragen musste, weiterverarbeitet hat. Diese Möwe ist es aber schon. Ihr startet mit drei Siedlungen, von denen die Mittlere mit Abstand am meisten entwickelt ist. Die südliche Siedlung hat Baumaterial und Werkzeuge, während die nördliche viele Siedler enthält. Es gibt außerdem hier eine Siedlung der Wikinger und Mayas, die ihr aber ignorieren könnt. Bei ihr Ziel ist die Zerstörung von zwei Kolonien des Dunklen Volkes, welches trotz unseres Sieges in der Hauptkampagne noch nicht gänzlich vernichtet wurde. Zum Glück starten wir aber mit relativ vielen Zielobjekten, wodurch wir mit 80% Kampfkraft starten. Das ist später recht hilfreich. Die Berge in der südlichen Siedlung enthalten Kohle und Stein. In der nördlichen Siedlung werdet ihr keine Erze finden. Die nördlichen Berge der mittleren Siedlung enthalten Kohle, Eisen und Stein. Im Süden findet ihr Kohle und etwas Gold. Hinzu kommt ein Haufen Steine zwischen den beiden verbündeten Siedlungen, aber an die kommen wir nicht wirklich ran. Zunächst macht ihr euch daran, die südliche Siedlung mit der mittleren zu verbinden. Währenddessen baut ihr in der mittleren Siedlung schon mal eure Holzwirtschaft aus und baut eine Steinmine, der der Aufbau sonst später ins Stocken kommen wird. Die nördliche Siedlung hätte zwar Zugang zu einigen Felsen, ist es aber in meinen Augen nicht wert, verteidigt zu werden. Zieht also alle Soldaten von dort ab und schickt die dortigen Siedler als Diebe in die mittlere Siedlung. Das Skript sieht auf normal nach 30 bis 40 Minuten den ersten feindlichen Angriff vor. Auf leicht habt ihr 20 Minuten mehr Zeit. Außerdem wird auf leicht nur eine der beiden Kolonien angreifen. Generell wollt ihr versuchen, an dieser engen Landbrücke zu verteidigen. Wenn ihr auf der Landbrücke selbst einen großen Turm in Auftrag gebt, ihn aber nicht zu Ende baut, schränkt ihr die Bewegungen der feindlichen Truppen gut ein. Das dunkle Volk wird euch nicht in Ruhe lassen, bis es besiegt wurde, aber wenn ihr es richtig macht, könnt ihr eure eigenen Verluste minimieren. Am einfachsten ist es, wenn ihr Priester und eine Mana-Produktion aufbaut. Die beiden dunklen Tempel befinden sich am Rand des dunklen Landes und sind dadurch relativ zugänglich. Die Feuerbarriere wird durch den Einsatz des Abkürzungszaubers umgangen, da die Flammen auf begrüntem Gebiet harmlos sind. Das südliche dunkle Volk war zumindest in meinem Durchgang deutlich schwächer, aber mit der Zerstörung seines Tempels wird es passiv, wodurch sich die Angriffsfrequenz des dunklen Volkes halbiert. Mit dem anderen Tempel könnt ihr genauso verfahren, dieser wird aber etwas besser geschützt. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wieso ich diesen Trick bisher nie erwähnt oder angewandt habe. Das liegt daran, dass ich bis vor einigen Monaten dachte, er würde in der aktuellen Version des Spiels nicht mehr funktionieren. Wie es sich herausstellte, habe ich es aber einfach immer falsch gemacht. Sobald beide Tempel zerstört wurden, ist die erste Mission jedenfalls geschafft.